Was, was ist das? Was ist das? Ihr könnt alle mal ein Like dalassen, wenn ihr auch gut findet, dass ich gewinne und nicht er. Äh, 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 Hilfe! Du hattest so viel Zeit. Du hattest so viel Zeit. Er hat mich nachgemacht. Er hat mir nachgemacht. Jo Leute, was geht's und willkommen auf meinem Kanal. Ich ist Omaro und ich begrüße euch zu einer Reihe und die Mazda-Bildes mit Nanu. Hi! Oh Gott, das war nicht geplant. Hallo. Alles klar. Na, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut und ich werde dich jetzt fertig machen, Alter. Nee, 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 nee. Ich bin der Mazda in der Bilders. Ich werde da alle zerreißen, ja, ja. Ich baue die krassesten, nicesten Sachen der Welt. Sorry, aber gegen mich hast du halt keine Chance. Es wird ein Trauerspiel bei dir in der Aufnahme sein. Nein, nein, nein. Aber du hast es nicht anders gewollt, weißt du? Aber dafür bist du im PvP halt krasser, ne? Ja. Ich mach dich einfach fertig und du wirst keine Chance gegen mich haben. Und es wird einfach nur traurig sein. Nein, ihr könnt alle mal ein Like da lassen, wenn ihr auch gut findet, dass ich gewinne und nicht er. Das wird nicht passieren, denn ich kann die krassesten Sonnen mal bauen der Welt, Leute. Wer mal Stream gesehen hat, hust. Die Sonne, Alter. Ja. Sonntags-Streams, Leute. 13 Uhr kommt vorbei. Dann werdet ihr wissen, die Sonne ist euer Leben, Leute. Euer Leben. Alter. Ohne Sonnenlicht, kein Leben. Verstehst du? Und ich hab das gebaut. Ich hab die Sonne erfunden. Ja. Hätten wir so eine Sonne, dann würden wir nicht mehr leben auf dieser Erde. So, was nehm ich? Sag mir nicht, was du hast. Oder? Ne. Ne, wir machen alle das Gleiche. Stimmt. Ich bin nicht auf Revi. Was mach ich denn jetzt? Stiefel. Was für ein Stiefel? Nein. Stopp. Kein Stiefel. Ich hab gewonnen. Easy, easy, easy. Mein Wunsch im Leben. So. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie das aussieht. Ja, siehst du. Und somit hab ich jetzt den Eatswin. Muss ja absolut los. Nanu hat keine Chance. Okay, Moment. So, so. Hast du Glück, dass ich mein Handy nicht bei mir habe? Sonst hätte ich schon gewonnen. Ja, genau. Als du mir testest. Ja. Minus Ehre. Was? Muss man in den Wunsch gehen? Ja, mit dem Handy. Muss absolut los, Bruder. Ja. Das war doch nicht so. Alter. Wie kommen wir Google hier mit dem Handy? Hier mit dem Handy, kannst du Google. Das ist eine Funktion, das ist neu. Ich glaube, ich mach dich fertig. Ich glaube, du hast schon verloren an dieser Stelle. Nein. Und hast du dich eigentlich schon von deinem Rage-Quid erholt? Alter, das hat mich richtig genervt im Stream. Und ich wollte die Stimmung nicht vermiesen und dachte mir, ich hau einfach ab. Ach, Leute. Wenn ihr wissen wollt, was passiert ist, müsst ihr meine Streams gucken, Leute. Guckt die Streams. Ja, das ist gut. Das war schon echt, echt lustig. Alter, das... Der ganze Chat hat danach übelst gespammt. So, was, 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 was? Echt? Das war so witzig. Die haben, das gab die ganze Zeit so Memes. So, was macht sie? Wo ist sie? Wann kommt sie? Ah, ja doch. Was ist das? Und wieso? Und hä? Und lol? Und dä. Die haben wahrscheinlich gar nicht verstanden, was abgegangen ist. Ja, die meisten waren auch... Also, der kam ja auch immer wieder später, Leute. Und ich hab den Titel nicht geendet vom Stream. Oh, lol. Die waren einfach komplett verwirrt dann. Komplett lost, einfach. Komplett lost. Ich hoffe, ich mach hier was Ordentliches. Ja, hoffe ich auch. Ja, ich hoffe auch. Weil sonst gewinnst du nämlich nicht gegen mich. Und du solltest gewinnen wollen. Ja, easy. Ich bin der Baumeister, ich bin Bob. Ich bin Bob einfach. Bruder. Ich bin Bob, der Baumeister. Ja, ja. Spaß, Spaß. In Master Builders. Ja, Bob, der Baumeister. Können wir das schaffen? Nein, wir versuchen es aber. Nein, wir versuchen es... Mein Modus, jeder Master, so nicht in meinen Modus. Können wir das schaffen? Nein, wir versuchen es aber. So. Bam, bam. Bam, 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 bam. Alter, was ist das, was ich hier gebaut habe? Das kann ich so nicht lassen. Das Ding ist, ich brauche halt jetzt schon... Was ist das? Was ist das? Ja, das frage ich mich bei mir auch gerade. Hä? Das kann ich so echt nicht lassen. Was ist das? Das ist absolut los. Absolut. Okay, ich habe es aber noch gerettet gerade. Alles gut. Was mache ich hier? Frage ich mich bei mir gerade, um ehrlich zu sein, ein bisschen das Gleiche. Weil irgendwie... Ich dachte es... Hä? Was passiert hier gerade? Bei mir ist eine Seite so ultra gut und eine Seite ist halt komplett los. Das ist halt komplett fisch krumm und schaif. Ich habe noch nicht mit dem Begriff angefangen, Bruder. Was? Nee. Ja, als ob ich jetzt zehn Jahre den Boden bauen würde. Welcher Welt lief ich hier, Bruder? Ja, Moin. Der Boden ist am Lagen. Ist das jetzt richtig rum? Leute, ist das jetzt richtig? Ja, das ist jetzt richtig. Ich bin der Nice und der Nice. Äh, 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 Hilfe. Das kann ich ja nicht so make-in. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Diese Folge. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hier, was ich hier baue, wirklich, ob das wirklich so war im echten Dart, ne? Ich habe keine Planung. Ich, ich habe auch keine Ahnung. Bitte, just don't judge. So, okay, Moment. So, so, okay, okay. Äh, sieht schon ziemlich scheiße aus, aber ist egal. Oh mein Gott, was habe ich gebaut? Trauerspiel, Leute. Äh, Hilfe. Ja, es tut mir einfach nur leid. Tut mir einfach nur leid. Ja, nee, lass ich mal lieber so, wie es ist. Ich möchte bitte suiziden. Kann ich das? Oh mein Gott. Sie wirft einen richtigen Dartpfeil. Bist du das? Ja. Das warst du, ne? Ja. Du wirfst einen, aah, einfach der Erste vom Leben. Da unten hast du so ein Ziel, wo sie so starten muss. Ja, aber das ist cool, oder? Ja, das ist gut, das ist gut genug. Das soll so ein Pfeil sein, Bruder. Ach, der Erste zu sein ist immer RIP. Ja, ja. Okay. Ist okay, Leute, das ist okay. Hast du was gebaut? Ich weiß nicht. Du hattest so viel Zeit. Er hat mich nachgemacht. Er hat mir nachgemacht. Das ist schlecht, weil es auf dem Boden liegt. Keine Dartscheibe der Welt liegt auf dem Boden. Das ist eine Dartbombe. Ja, ist ein okay. Irgendwie ist hier nichts Wachs dabei bis jetzt. Okay, ich nehme auch, ich gebe auch ein Geck, 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 Geck. Ein okay ist ein okay, Leute. Oh Mann, oh, warte, warte, warte. Alpha Stein zwimmt. Ja, Alfstein, Bruder. Was ist das für ein Muster? Wahrscheinlich wird er ein Muster stehen. Also das ist zwar nicht ganz fertig geworden, aber was ist das hier für ein Scheiß? Sehen aus wie Spritzen sollen aber vermutlich Pfeile sein, deswegen. Okay. Okay, weil es halt irgendwie auch im Boden versunken ist. Ja, ja, ist ja auch für unter Wasser, Leute. Was? Wie kommst du auch unter Wasser? Ja, weil das ist so versinkt. What the fuck. Das ist auch eine Rakete. Guck mal, hier kannst du dich reinsetzen. Hui. Okay, irgendwie ist das alles schlecht. Ein bisschen, oder? Das ist ziemlich, aber er hat besser gemacht als ich mit der Dach. Also es war leichter auf jeden Fall. Ja, aber die Dachschäuze hätten einfach nicht rund, Bruder. Ja, meine, weißt du, wie lange ich für diese scheiß Runde gebraucht habe? Ich habe die ganze Zeit versucht, das rund hinzubekommen. Also ich zeige, wie man nach der Aufnahme, wie man das richtig macht. Oh, Leute, mit einem Pfeil. Alter, das ist einfach, das ist einfach Zelda-Schuss. Das gibst du gut, nein. Also, hallo? Ein Bogen? Ja, es geht halt um Dach. Ein fucking Bogen. Das ist kein, das ist Pfeil- und Bogenschießen. Das ist eine Atombombe. Das ist eine Atombombe. Vielen Dank, deswegen kriegt es ein Okay. Es kriegt ein Okay, Leute. Du hast halt einfach gewonnen, ne? Weil die kriegen ja alle nichts Besseres als ich. Ich habe dir gut gegeben und die anderen haben alle eine Bombe, schreibt jemand. Ja, meins war ganz gut. Wegen sowas hat Japan im Zweiten Weltkrieg aufgegeben, schreibt er. Was ist das? Ja. Aber der Pfeil ist am besten bis jetzt. Außer das, ja. Irgendwie verstehe ich das nicht so. Ach, wir können doch nicht alles ein Okay geben. Wieso gebe ich eigentlich auch gleich, was du sagst immer? Ja, weiß ich nicht. Du lässt dich einfach so einfach beeinflussen. Ich würde dem sogar ein Schlecht geben, weil das ist sehr, sehr stupide. Ja, stimmt. Der Pfeil ist schlecht. Ja, der Pfeil ist halt schlecht. Die Farben sind blöd und es ist noch nicht mal richtig nice joke. Ja, stimmt, das ist nicht mal rund, Bruder. Ja, das ist halt... Oh, der hat die gleiche Idee wie ich, nur dass ich es besser gemacht habe. Okay, das ist auch ein Schlecht, weil das ist halt wirklich... Sieht aus wie eine Spritze, ey. Es ist erstmal eine Spritze. Es ist viereckig. Es hat nur ein Feld zum Treffen. Und der Typ sieht aus wie ein abgefuckter Typ, der kein Leben hat. Ja, der ist Slenderman, Mann. Slenderman in Minecraft. Wir haben unseren Titel, Alter. Was? Das hat gewonnen? Hä? Ich sagte, woran das liegt. Ich bin Lorletzter? Wieso bin ich Vorletzter? Hä? Hä, die waren viel schlechter als ich. Ja, das lag daran, dass wir direkt am Anfang waren. Ja, ist so. Wenn du am Anfang bist, dann bist du einfach gearscht. Ja, aber warum ist das so? Das ist doch voll doof. Ja, weil die am Anfang immer strenger bewerten und dann kommt nur Crap und dann bewerten sie besser, weißt du? Off, nein. Oh mein Gott. Das war's einfach, Leute. Ja, rip. Ja, rip einfach. Einfach Vorletzter. Von wegen du gewinnst hier die Runde, ne? Erzähl mal nichts. Ja, aber ich war Dritter. Ja, Dritter. Du bist aus... Ja, der Zweite ist der erste Verlierer. Ja, so bist du ein Dritter. Dann bist du so ein Doppelscheiße. Leute. Schreibt... Schreibt meine Logik in den Chat. Schreibt in die Kommentare, na, du ist scheiße. Jetzt sofort. Alter. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Ganzen eine positive Wertschirm gebt. Schaut bei Nano vorbei. Die ist unten in der Videobeschreibung, falls Videobeschreibung. Klickt da drauf. Habt Spaß im Leben. Seid nice. Freut euch, dass heute Dienstag ist, denn die Woche ist noch lang. Morgen habt ihr frei. Freut euch. Leute, ab rein. Tschüss. Willst du auch noch was sagen? Magst du auch Menschen? Magst du Menschen? Nein. Mit Soße oder ohne? Mit... Nein. Okay, Leute. Tschüss. Was ein random Ende, Bruder. Muss absolut los. Schöne.